Musik Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Sendung. Auf den Punkt heißt sie und mein heutiger Gast möchte Bezirksbürgermeister vom wunderschönen Bezirk Charlottenburg-Wilmastorf werden. Charlottenburg-Wilmastorf gehört in der Wahrnehmung der Berliner eigentlich zu den ruhigen Bezirken. Doch spätestens nachdem sich rund um den Mannhof Zoo in den vergangenen Monaten bautechnisch allerhand getan hat, Hotels wie Pilze aus dem Boden schießen, neue Gebäude ihre Eröffnung feiern und der Kudamm zu neuem Leben erweckt wurde, ist klar, hier tut sich was. Kaum einer weiß, dass Charlottenburg-Wilmastorf von der Flüchtlingsproblematik besonders betroffen ist. Nicht nur wichtige Sporthallen waren hier von Schutzsuchenden bewohnt. Auch die größte Anlaufstelle in der Bundesallee musste in den vergangenen Monaten verwaltungstechnisch einiges bewegen. Aber auch in Sachen ICC steht der Bezirk in den Schlagzeilen. Wie weiter und zu welchen Kosten? Carsten Engelmann versucht uns heute, die Antworten darauf zu geben. Er ist stellvertretender Bezirksbürgermeister, Stadtrat und möchte bei den Wahlen am 18. September zum Bezirksbürgermeister gewählt werden. Warum der CDU-Mann die richtige Wahl für den Bezirk ist, erklärt er uns gleich selbst. Kommen Sie bitte auf den Punkt, Carsten Engelmann. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt ist er bei mir, Carsten Engelmann. Hallo, erstmal guten Abend, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, vielen Dank. Herr Engelmann, Sie sind derzeit stellvertretender Bezirksbürgermeister im Bezirk Charlottenburg-Wilmastorf und Stadtrat für Gesundheit und Soziales. Sie haben allerhand zu tun, gerade Stichwort Flüchtlinge, oder? Ja, das Thema Flüchtlinge beschäftigt uns natürlich immens. Das gesamte Kollegium, muss man sagen, weil es sehr viele Facetten hat. Aber in der Hauptsache ist meine Abteilung und ich damit beschäftigt. Wir haben ja insgesamt in Charlottenburg-Wilmastorf 5300 geflüchtete Menschen in insgesamt 15 Einrichtungen untergebracht. Also nicht wir, das Land Berlin. Aber wir sorgen halt für die Infrastruktur, für die Kontakte zu den Ehrenamtlichen. Wir sorgen, die Willkommensklassen sind unsere Aufgabe, die Jugendfreizeiteinrichtungen, Sportangebote etc. Merken Sie da jetzt auch gerade so eine Art Verschnaufen, weil halt weniger Geflüchtete kommen. Das heißt, die, die da sind, dass sie mit denen, sag ich mal, arbeiten können. Stichwort Integration, Stichwort Schule etc. Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass im Moment weniger Menschen nach Deutschland und nach Berlin kommen. Insofern gibt es uns die Chance zu sortieren und auch die entsprechenden Maßnahmen wirkungsvoll unterbreiten zu können und anzuwenden. Dazu gehört natürlich zum Ersten der Erwerb der Sprachkompetenz. Sei es durch ehrenamtliche Lehrerinnen und Lehrer oder aber dann, wie gesagt, in den Willkommensklassen oder über Sprachkurse, die wir in der Hauptsache über die Volkshochschule anbieten können. Das verschafft uns etwas Luft und man merkt ja auch, dass inzwischen ein etwas geregelter Ablauf Platz greift. Auch der Freizug von Sporthallen ist ein wichtiges Element, um wieder die Infrastruktur den Menschen zur Verfügung zu stellen. Wie funktioniert das? Stichwort Sporthallen. Das war ja auch ein wichtiges Thema für den Sportssenator Frank Henkel und für den Regierenden Bürgermeister. Wie ist da der Stand der Dinge in dieser Woche? Wir haben ja das Glück, dass wir sozusagen zu den ersten Bezirken gehörten, die Sporthallen freiziehen konnten, wobei das Landessporthallen sind in der Glockenturmstraße mit Horst-Korber-Zentrum und Habich-Halle. Das war aber ein wichtiger Schritt, ein entscheidender Schritt, auch in Richtung Signal, dass wir uns bemühen, die Situation zu normalisieren und den Sportlern auch ihre Sportstätten wieder zurückzugeben. Wir haben jetzt noch zwei weitere Sporthallen in Charlottenburg-Wilmersdorf, die des Freizuges Harren. Das ist die Ruhemann-Halle an der Kuno-Straße und in der Prinz-Vigenten-Straße eine Sporthalle an einem Oberstufenzentrum. Haben Sie jetzt aus all den Monaten, aus all den Wochen der Arbeit, intensivster Arbeit mit den Flüchtlingen, auch so ein bisschen Erfahrung als Bezirkspolitiker, sag ich mal, was so Notfallmanagement angeht, sammeln können? Weil, ich habe es ja eingangs erwähnt, Sie wollen bei den Abgeordnetenhauswahlen, also werden ja auch die Bezirksparlamente gewählt, Sie möchten Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf werden. Haben Sie gesagt, okay, eigentlich war es auch ein gutes Training für mich, wie so Hand in Hand etwas organisiert werden muss? Oder sagen Sie, nee, das konnte ich alles schon vorher? Also, als ich am Anfang 2011 in dieses Amt kam, hätte ich mir das so in dieser Form nicht vorstellen können, dass es so intensiv wird, was das Thema Improvisation und Organisation angeht. Letztendlich war es sicherlich auch eine gute Erfahrung, auch für die Zukunft. Jetzt nicht unbedingt speziell, um Bezirksbürgermeister zu werden, aber insgesamt, glaube ich, hat uns diese Phase sehr viel Lehrreiches beigebracht, was wir in der Zukunft sicherlich gut gebrauchen können. Sollte es nochmal dazu kommen, dass eine weitere Welle von geflüchteten Menschen nach Berlin kommt, sind wir sicherlich deutlich besser aufgestellt und organisiert, als wir das am Anfang im vergangenen Jahr waren. Können Sie eigentlich gut nachvollziehen, dass einige sagen, Mensch, wenn die da plötzlich flexibel sind, wenn sie da plötzlich einstellen können, wenn sie da auch, sage ich mal, ein bisschen Vorschriften, ein bisschen großzügiger auslegen können, das wünschten wir uns als Bürger, als Gewerbetreibender, als Menschen, die im Bezirk wohnen, wünschten wir uns öfter vom Bezirksamt. Können Sie diese Leute verstehen? Und gerade, weil Sie gesagt haben, wir haben daraus gelernt, ist da im Bezirksamtskollegium bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch so eine Bereitschaft zur Flexibilität entstanden? Also ich glaube, wir haben uns so flexibel wie möglich gezeigt an der Stelle und ich teile die Auffassung der Menschen, die sagen, man muss da schneller reagieren, man muss auch mal unkompliziert auch Entscheidungen treffen können ohne langen Vorlauf. Ich teile die Auffassung, sage aber gleichzeitig, dass eine gewisse Kontrolle durchaus notwendig ist. Deswegen hat das Abgeordnetenhaus das ja auch zu Recht gesagt, dass es nicht so sein kann, dass man nur freihändige Vergabe macht bei solchen Aufträgen, die wichtig sind, als für Träger von Einrichtungen beispielsweise oder bei der Vergabe von Wohnraum. Wir müssen das prüfen, es muss nachvollziehbar sein und letztendlich sind wir auch rechenschaftsschuldig, auch gerade und insbesondere den Bürgerinnen und Steuerzahlern. Bevor wir auf den Bezirk nochmal zu sprechen kommen, wo Sie die Aufgaben und vielleicht auch Probleme der künftigen Arbeiten sehen, ich will auf die Person Carsten Engelmann natürlich zu sprechen kommen, 51 Jahre alt, gebürtiger Charlottenburger, verheiratet und zwei Kinder. Ja, wo kommen Sie her? Also ich darf es kurz erwähnen, Sie können es ja ausführen. Sie haben mal direkt im Bezirksamt als Bürolehrling, Beruf, den es heute gar nicht mehr gibt, gelernt. Also das heißt, Sie haben wirklich von der Pika Aufarbeitungsarbeit kennengelernt. Erzählen Sie mal ein bisschen. Ja, also ich habe 1981 meine Ausbildung tatsächlich im Rathaus Charlottenburg angefangen. Ich habe nebenan gewohnt, also für mich war es eine sehr angenehme Situation. Wie ist das denn passiert? Einfach überlegt, was werde ich? Was werde ich genau? Gehst du mal über Otto-Sauer-Lehren? Fragst du nach? Also da war von Politik noch überhaupt nicht die Rede. Es war für mich auch ein kurzer Arbeitsweg, sag ich mal. Und mich hat Verwaltung interessiert. Ich suchte einen sicheren Arbeitsplatz damals. Ja, und hatte mich bei allen damals zwölf Bezirksamten im Westteil beworben und bin dann sozusagen, habe dann alle kennengelernt und mich letztendlich dann für Charlottenburg entschieden. Habe da 1981 wie gesagt angefangen, habe dann meine Ausbildung gemacht über drei Jahre und bin dann im mittleren nicht technischen Verwaltungsdienst als Mitarbeiter und Sachbearbeiter dann eingestellt worden. Und habe dann zuletzt im Sportamt gearbeitet, im Sport- und Bäderamt, das damals noch in der Krummestraße im alten Stadtbad residiert hat und musste dann 1995, als ich in die Kommunalpolitik eingestiegen bin, in die Bezirksverordnetenversammlung gewählt worden bin, den Arbeitsplatz wechseln. Weil man darf sich ja nicht selbst kontrollieren und bin dann zum Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen, hier gleich um die Ecke, in die Adalbadstraße gegangen. Was ich so ganz spannend fand zu Wendezeiten, waren Sie auch mal im Osten, quasi auch vor Ost tätig. Was haben Sie da, sag ich mal, an Erfahrungen, denen den Mitarbeitern dort mitgeben können und vielleicht auch selber für sich selbst gelernt? Weil das war ja eine ganz andere Struktur, die Sie da vorgefunden haben. Und ich denke mal, auch die Behörden im Westteil haben viel auch von den Ossis gelernt und umgekehrt genauso. Das heißt, da gab es ja auch nochmal so einen Umbruch. Für Sie selber auch? Ja, also ich muss sagen, ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Und das war ein gutes Jahr, was ich dort in Köpenick im Sport- und Bäderamt dann zugebracht habe zum Verwaltungsaufbau. Ist ja auch ein Traumbezirk für so einen Arzt. Ein super Bezirk, muss ich sagen. Wirklich der zweitschönste nach Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich muss sagen, das kollegiale Miteinander dort war fast noch enger als das, was ich als Kollegium bei mir in meiner Ursprungsbeschäftigungsdienststelle kennengelernt habe. Weil das auch über den dienstlichen Rahmen hinausging. Also das war auch im privaten Bereich. Man hat sich gekannt, man hat sich besucht, man hat Feste zusammen gefeiert. Man hat natürlich auch Feste miteinander gearbeitet und versucht, die Strukturen so aufzubauen, wie sie im Westteil üblich waren. Und ich sage mal, für mich habe ich mitgenommen, dass Verwaltung auch im Ostteil sehr gut funktioniert hat. Und man nicht hätte alles eins zu eins übernehmen müssen, weil es war eigentlich schon vorhanden, die Strukturen haben gepasst. Gut, es ist anders gewollt gewesen. Insofern mussten sich beide Seiten arrangieren. Aber für mich war das wirklich eine charakterbildende Zeit. Warum sagen Sie jetzt, ich bin Stadtrat, ich bin stellvertretender Bürgermeister, ich möchte im September zum Bürgermeister, also ich möchte genug Wählerinnen und Wähler überzeugen, damit ich Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf werden kann. Warum jetzt diese Herausforderung? Naja, man sucht ja immer Herausforderungen. Und ich bin seit 2013 in der Nachfolge von dem jetzigen Bundestagsabgeordneten Röhler, stellvertretender Bezirksbürgermeister geworden. Und die Aufgabe reizt mich. Ich habe das jetzt, seit 2011 mache ich das jetzt. Und ich muss sagen, dieser Bezirk verdient es durchaus, besser regiert zu werden. Ich weiß, der Bürgermeister hat keine Richtlinienkompetenz. Nichtsdestoweniger fehlt mir an bestimmten Dingen bestimmte Schwerpunktsetzungen. Nur mal ein Beispiel, das Thema Wirtschaftsförderung verdient den Damen nicht. Sie wird in meinen Augen zu nachlässig betrieben. Sie ist auch nicht am richtigen Ort. Wenn ich das in der Verantwortung hätte, würde ich es dahin bringen, wo die Wirtschaft tatsächlich tickt, wo die Start-ups sind, wo die Unternehmer und Unternehmensgründer sind und nicht im Rathaus. Das nur mal so als plakatives Beispiel. Wo würden Sie es hinbringen wollen? Ich würde es da ansiedeln, sage ich mal. Wir haben ja den Campus Charlottenburg mit der TU. Um die Ecke ist das Fraunhofer-Institut, aus dem sich pro Jahr etwa so 80.000 Start-ups bilden. Das ist eine Menge an Unternehmensgründungen. Da gehört die Wirtschaftsförderung nach meiner Auffassung hin. Ähnlich wie das Bezirkmann Zahn-Hellersdorf es macht, der Kollege Greff es dort verortet hat. Das wäre meine Vorstellung dafür. Ist da genug Potenzial für da? Ich glaube, die meisten Start-ups sitzen ja in Mitte und Kreuzberg. Wollen Sie noch mehr nach Charlottenburg holen, gerade weil Sie auch die Uni dort haben, weil das Potenzial mit den Instituten dort ist? Ich glaube, wir haben das Potenzial. Wir müssen nur an dieser Stelle natürlich beides miteinander verquicken, nämlich die Standortentwicklung und die Wirtschaftsförderung. Und ich fand auch damals die Trennung des Bereichs Wirtschaft mit den ganzen Ordnungsangelegenheiten und die Wirtschaftsförderung als nicht zielführend. Und deswegen würde ich das vermutlich auch wieder ändern, wenn ich dazu die Chance bekomme. Darüber hinaus, das Thema Arbeit und Integration ist ein wesentliches. Das gehört dazu, nämlich die Schaffung von Arbeitsplätzen, um dann auch die Menschen, die neu nach Berlin kommen, dazu gehören auch die geflüchteten Menschen, denen eine Chance und eine Perspektive für die Zukunft in dieser Stadt zu bieten. Wir wollen gleich, Herr Engemann, nach einer ganz kurzen Werbepause weiter darüber sprechen, was Charlottenburg-Wilmersdorf beschäftigt und warum Sie sagen, ich mache es besser, wenn ich Bezirksbürgermeister werden wollte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nach einer ganz kurzen Werbepause geht es weiter. Bis gleich, bleiben Sie dran.